Nein, das Loch, das musst du lassen. Nein, Simon, wieso hast du jetzt meinen Grotten genommen? Der ist nicht deiner, aber es ist meiner. Lukas, das Loch musst du... Alex, du hast meinen Grotten genommen. Nein, nein, du bist daneben. Wo denn? Achso. Ich fass dir jetzt. Beruhig dich mal. Nein! Geh weg! Geh weg! Wir helfen ja. Geh weg, Alex! Jetzt bist du wieder weggeflogen. So. Oh nein, oh nein. Ich hasse die Umfangsrempe. Ja. Ich hasse den. Ich hasse den. Ich hasse den Spiess so hart. Ich hasse den. Baum kaputt. Du bist ein Flutzer. Also, der Lukas sagt drei, ich sag zwei und der Wespe Frutzer sagt eins. Okay. Und dann auf eins. Drei, zwei, eins. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Was? Du hast gecheatet! Okay. Okay, das mal bin ich rechts. Und du kannst du ein Stück auf der anderen Seite. Weil ich hab eigentlich gewonnen. Du hast mich allein geschlüpft. Warte, haben wir noch genug Autos? Ja, ja, ich hab schon. Oh, eins ist noch. Oh, eins ist noch. Zwei. Ja, der Sima hat mich gerade da eingeschafft. Nein, die hab ich gar nicht. Die hab ich gar nicht. Wieso denn? Scheiße, die immer. Wechsel mal Auto. Na. Fick dich. Na, du hast ihn noch mit zu sein. Nein. 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 Bist du behindert? Du bist ja noch gestorben. Okay. Bist du auch noch mal auch gefahren? Ja, was machst du? Ich bin bei den Wingern. Du bist gerade angefahren. Ja und? Ich hab gesagt, ich bin bei den Wingern, weil ihr am meisten vorhört. Alter. Nein. Ja, nein. Jedenfalls. Geld. Siehst du, der beste Reim? Der existiert. Scheissbahn! Ich hab keine... So. Mein Auto hat 17. Leben. Wenn ich jetzt irgendwo einmal zu ihm stehe, dann ist es kaputt. Du musst jetzt ganz vorsichtig sein. Nein, nein. Nein! Hast du nicht die Rampe da? Ja. Ihr seid zu Hause. Ich stirb gleich, glaube ich. Hast du nicht einen Ventilator da? Jawoll! Was, ich muss dich erinnern, oder? Ich liebe dich, Alex! Ja! Gell? Lukas! Alex, du hast gerade mein Leben gerettet. Ja, ich weiss schon. Ich heilig so, Gelato. Hast du das einfach vergessen, oder was? Ja! Das ist ein E-Baumee. Das ist ein E-Baumee! Alalala! Wir haben ja kurz den Alex nachgemacht. Alter! Scheibe geil! Das ist unser Burger! Sturischen! Wie ich mich kiellen, ne? Ja, nachher lass die Waffe aus! Okay. Okay. Was denn? Buttana! Glück gerne! Lukas! Lukas! Überrasen! Weil ich mein Fluss gewählt habe. Entschuldigung, Alex. Sie sind wirklich gewählt. Nicht wahr vergib ich dir. Weil du bist mein Sohn. Im wirklichen Waffen. Er hat mich gewehrt. Ich verstehe. Kann ich mal deine Position verraten? Was? Kannst du auch tun, he? Ich mach Feuerwerk. Oh! Ah! Tierke! Ah, wieso, wieso, he? Rambazamba! Es ist der Alex. Rache! Drei, zwei, und... Oh, na! Oh, na! Oh, na! Oh, na! Na, ich bin geflippend! Na! Ich bin auch geflogen. Na! Na, ich bin nicht gestorben. Oh, na! Oh, na! Ja! Oh! Oh! Na! Oh, na! Bist du auch geflogen? Ja! Alex, wo bist du? Du bist da, Metall, Alter! Wieso, bist du jetzt erst da? Ja, ich weiß nicht. Ich bin voll weit weg... äh... ...getu'n. Ah! Okay... Ich verstehe. Bist voll weit weggetu'n. Ich bin gerade da geflogen und ich habe mein Auto auf den Kopf geflogen und bin gestorben. Oh! 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 Das ist doch geil! Das hat dich angefilmt. Mach mal nochmal ganz schnell. Vielleicht hätten wir es. Okay. Okay, okay, okay. Drei... Zwo... Eins! Oh! Oh, scheiße! Na! Das hätte man probiert. Nein, eben nicht. Na! 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 Ich bin schworfen mit dir, Alex. Was? Ich bin ja euch schworfen. Ja! Ja, wenn mich da rechts... Ja! Ich bin leider... Schluss! Aaaaaaaaah! Bravo! Na! Nicht schon wieder. Bravo! Bravo! Zu, ich kann schliß so gut, Alex. So lief'aun. Na, halt einmal. Hint' Alex gewinnen. Easy. Ja, los, alle! Schneller! Ja! Ja! Ich bin Erster. Geh Erste Suppe. Aber ich bin auch Erster. F***, nein. Du warst mein Coach, aber du bist nicht Erster. Oh, dich muss jetzt schnell zerstören! Wir haben das ganze Mal von hinten gefahren, oder? Ja, ja, ja. In einer Minute ist es fertig. Wir kriegen keine Chance mehr. Wieso? Okay. Geh mal Skaten! Ja, Alex geh mit. Ja, eh falsch. Ja, Alex geh mit. Tschüss, sehen wir uns nachher in der Stintel. Quatsch, tschüss. Einen und kann auch mit einem Stream in der Stürüfläche ents Widee? Ja, das war's.